So, wie so war meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Rainbow Six Siege Unranked. Wieder mit dem alten Team Thrawn, Josef, Baumstegrader auf Kreis und Philipp. Hallo. Und natürlich mit meiner Wenigkeit. Ja, und wieder aus der Sicht von mir. Boah, was ist denn aus Bank geworden? Also, Baumstegrader schon mal da. Ja, ich bin wieder da. Du hast zwar die Unmod verpasst, aber sonst... Was hab ich verpasst? Die Unmod, aber ansonsten ist alles okay. Was hab ich verpasst? Die Moderation. Anmoderation für das Video. Auch wenn das ne beschissen Abkürzung ist. Für was für ein Video, Dicker? Deine zafte Seitenstimme hat jetzt aufgenommen. Ach, sag mir das doch einer. Glaub ich drauf. Ja, du warst grad auf, gar ging nicht. Ich sollte in Zukunft auch anfangen, das einfach dann mit aufzunehmen. So, einfach um einen Klick abzugehören. Eigentlich gar keine schlechte Idee. Ich hab OBS noch installiert. Mal gucken. Frage ist, schafft es die Fensteraufnahme Rainbow aufzunehmen? Das heißt, ich sollte mir eigentlich in Josef unter die Videos verlinken. Können wir tun. Unten in der Beschreibung findet's einen Josef, der ist grad am Livestreamen. Also nicht wundern, wenn komische Fragen daherkommen. Das klang grad irgendwie ein bisschen komisch. Naja, das war ja auch der Sinnesang, oder? Also Realtalk, wenn das sich jemand anguckt, ne, das klingt so wie das Minecraft Let's Play von, keine Ahnung. Äh, jeden beliebigen Kitty. Ja, natürlich Bruno darfst du gerne gegrüßt werden. Ich bin mir zwar nicht sicher, was genau von Bonn dein Vorname ist, aber ich würde sagen definitiv Bruno. Also Bruno ist Bruno. Hi Bruno. Das ist ein toller Vorname. Du brauchst dann natürlich, es sind zwei Namen, also Bruno Joachim quasi als Vorname. Wie ich wieder Finca gekriegt habe. Dann können wir dich auch mit beiden grüßen. Bäh. Oder Joachim nicht dein Nachnamen, aber wir haben den Gott verraten. Uiui. Holy shit, Alter. Wir haben den Namen verraten, den er in der Öffentlichkeit benutzt. Nein. Unsere Deckung ist aufgegangen. Alter, wie zum Glück. Ah ja. Er setzt jetzt einen Mute-Germ, wenn ich da mit meiner Drohne hochfache. Alles klar. Achtung Josef, du könntest der dritte Bunde werden. Nee. Doch. Fuck. Nee, es war Julia. Nee. Okay, also wir haben noch eine lebende Drohne plus minus die AFK Drohne. Ey, das Problem ist, OBS klappt bei mir grad nicht. Das triggert mich jetzt grad ein bisschen nicht, ey. Traurige Sache. Danke für das Lob des Namens. Ich gehe immer wieder gerne. Ey Bons, wir sollten lieber ein paar Dwarze streamen. Unsere Runden sind um einiges epochaler. Holy shit, lass machen, bin ich dabei. Dann nehme ich mit Quarto noch Men of War auf und dann nennen wir das den Strategiekanal. Los geht's. Let's go, Alter. Ey, Josef. Ich demonstriere an dir wie es läuft. Mit was nimmst du auf, Josef? OBS. Wie kannst du, wie kannst du Rainbow auswählen? Äh, auch, ich, äh, Spielaufnahme. Spielaufnahme. Ach, jetzt geht's bei mir auch. Danke. Ich leg mich mal lieber wieder hin, ne? Das hat jetzt lange gedau. Warte, ich lade kurz nach, dann gucke ich aufs Fenster. Also du hast ihn getroffen, er hat Blut abgeschwitzt. Okay, test mal. Gut lang kümmert ihr euch darum, dass ihr reinkommt. Loll. Schöner Schuss. So, Akkordationen sind für Anfänger. Schöner Schuss. Brauch man nicht, einfach direkt ins Spiel. Ja, C4. Wo? Wann? Und wie? Dann sieht man ja jetzt, wie kacke mein Aim heute ist. Das ist richtig mies. Achso, da drunter ist aufgemacht. Ich drehe den Schritt gerade auch auf, dann können wir vergleichen, wer schlechter war. Ja, gerade eben die 10 Kills waren ja an sich gut, aber das Aim dann schluss. Und unten drunter ist keiner zu sehen. Wieso kann ich denn der Wand nicht drehen? Danke. Na Josef, ist da irgendwas cooles? Nee, Hobby bleibt da. Dann bin ich da. Die kann da vielleicht aufmachen. Ich würd dir ganz gern mal im Weg rumpushen und ne Granate reinschmeißen. Schmeiß. Ich bin bekannt für meine legendären Granaten. Let's go, Alter. Ich hab noch nie legendäre Granaten von ihm gesehen. Okay, ein Josef weniger. Man kann dann die Frost mit an der Fernstelle wegmachen. Wahrscheinlich geht das Mira-Fenster nicht auf, wenn ich ne Granate direkt drunter werfe. Scheiß. Warum auch? Hey, keine Ahnung, Schrapnel, whatever. Schrapnel ist er das denn? Na, alles klar. Schade eigentlich, die hätte ich jetzt gebraucht. Da muss ich glaube ich nicht mehr reingehen. Wann wollt'n rein? Wir gehen durch den Turm rein. Ahahahahahahaha. Ja genau, jetzt kommt der links etwa alles. Okay, kritische Momente Teil 1. Der Mute ist im Turm drin. Unter mir oder was? Ja klar. Oder im großen Turm gegenüber. Ne, ne, unter dir. Da bin ich ja grad drinnen gestorben. Hättest du gesehen, wenn du aufmerksamer wärst. Pass auf, der links könnte auch nach oben auf dem Big Tower sein. Big Tower ist natürlich jetzt hässlich. Also wenn er rausnimmt, ist er links. Weil da ist das Fenster offen und es wird keinen Sinn machen, neues aufzumachen. Ja, aber ich kann keine Clamer mehr umsetzen, das dauert zu lange. Warte, das hier oben an der Punkt. Du kannst mir auch einfach erfiesen. Du kannst mir auch einfach erfiesen. Das kostet ja viel Zeit. Warte mal. Die Zeit ist eh vorbei, Alter. Du hast 20 Sekunden. Jetzt die Clamer umplatzieren, das kostet dich nicht nur Zeit, aber auch ein Leben. Das wird sowieso ein Stückchen länger, das Match. Das soll ja für die Aufnahme sein. Ah, klar. Okay. Ich hab gehört, zum Aufnehmen war das ein guter Anfang. Jaja, immer. So was lehnt man gerne hoch. Schlebt man sich kein bisschen. Hat er irgendwann einen Kill gemacht? Nein. Doch, Josef hat einen Kill gemacht. Ah ja, stimmt. Am Anfang, der Opening vorher. Jaja, sobald er Livestream läuft, er geht jetzt bei Josef wieder. Aber nur kurzzeitig. Da ist er nicht mehr scheiße, sagst du? Echt unglaublich, er hat uns vorher sogar eine Runde gecarried. I know. It's a legend. Mhm. Lebende Legende. Ja, danach hat er direkt wieder ausgemacht. Ja. Und danach ging's auch wieder bergab. Ja. Dafür hat er ja ausgemacht. Oh Josef, du hast auf dein Livestream schuld 3 Likes. 4 Likes. 3. Von den Leuten, die zugeguckt haben außer mir, weil ich dafür zu krass war. Also der eine war Julia und der andere war der Stalker. Ja, ich hol das noch kurz nach, damit's dir unten hier wo alles besser geht. Ey, die kommt drauf an, vielleicht sind's wirklich gleich. Ah na, na, ich hab mit meinem privaten Accounting aus. Und nicht mit WGC. Ja, macht mich noch traurig, genau. Die sind nicht unten. Ja, es ist irgendwie traurig. Das ziemlich viele nur die eigenen sind. Tatsache, Küche. Das ist zumindest die eigenen, das war schon. Geil. Ja, schon irgendwie traurig. Ich brauch noch einen dritten Bildschirm. Ey, wenn du streamst, dann musst du das, keine Ahnung, 4 Stunden jeden Tag machen, dann läuft's. Boah, Alter. So will ich nicht leben hab ich nicht. Ne, das ist halt, bei Livestreams ist das halt wirklich so, Alter. Unter 4 Stunden können sich die Leute anscheinend nicht geben. Ganz anstrengende Nummer. Ich brauch noch einen dritten Bildschirm. Eins zum moderieren. Ey, ich weiß es nicht. Eins zum aufnehmen und eins zum spielen. Ah, du, Philipp, macht da nix draus. Ich hab mein Laptop gestartet, damit ich in den Stream schauen kann. Ja, ich schau ihn ja nicht, ich moderier den Chat. Hast du drei Bildschirfe oder was, Philipp? Ich hab gesagt, ich brauch noch einen dritten. Das muss ich grad auslösen. Ich brauch mal einen zweiten, Alter. Ich nutz bei Livestreams, nutz ich immer mein Handy, um zu gucken. Ah, wieso ist der Baum schon dort? Hey, ich leb doch noch. Ich bin doch dort. Ja, ist so. Ich bin doch da. Keine Sorge. Ah, SpaceX hier verwohnt bist du. An demselben Fenster wo Josef jetzt direkt ist, weil der Jäger nach oben gerannt ist. Holy shit, Decker. Boah, das hätt doch dich sein können, Alter. Ja eben. Oh mann. Was ist denn los? Deppression. Wo der Diffuser gut ist. So, wenn ich bin. Und jetzt ziehbeine, weg hier. Nicht T-backen. Ja, ich lauf einfach durch die Türen durch. Jetzt ist die Frage, wo will ihr hin? Das weiß ich auch nicht. Ihr geht zu Philipp. Das wäre jetzt eine gute Idee. Könnt ihr mal gucken, ihr habt doch Ibana am Start. Könnt ihr theoretisch die Küche aufmachen. Ah, dafür bräuchte die Software hier, die einmal durchs Wohnloch mit einer Ranade schließt. Ich bin nicht mehr, da hat ein Rook was aufgeschlagen. Ey, die Software könnte theoretisch auch die Halle aufmachen. Lade neues Magazin. Könnten auch einfach so die Halle aufmachen. Das war ja der endgültige Plan. Aber dahinter ist gemütet. Da ist gemütet. Dann müsste die Sophia einmal hier durch das Wohnloch durchballern, wenn das geht. Aber das geht glaube ich noch nicht mal. Ich bin am Weg. Oh, ich wollte gerade sagen, irgendwer war hinter mir. Hätte ich auch Schiss gekriegt. Dann hätte ich doch einfach so wegschießen können. Kann es aufmachen. Ah fuck, ich habe den Diffuser ja gar nicht, sonst hätte ich jetzt eine Smoke direkt. Kannst du ja machen. Soll ich's mochen? Ja. Oh Gott, der Kratzer kann die Mack. Rüber plantet. Oh oh, ich hatte da rechts jemanden. Ja. Alles gut. Chris und Martin. Ah, sehr schön. Ihr macht mich stolz. Und Modern Warfare. Also prinzipiell haben wir ja relativ viele Spiele. Soll ich mal ganz kurz die komplette Liste vorlesen? Also bei Battlefront 1 noch okay. Und bei Battlefield... Oh, Battlefield kannst du ja schon wieder vergessen, Alter. Fünf ist leider vorbei, Alter. Lass uns darüber einfach nicht reden. Lass uns darüber einfach nicht reden. Lass uns darüber einfach nicht reden. Dein Nicht-Kreller? Ja, das ist die Widerküche. Ey, From, wir sollten wirklich mal Empire at War aufnehmen. 100 pro? Lass mal machen. 100 pro, Kampagne. From's Revenge. Ah, From's Revenge noch nicht, aber die normale. So, From's Revenge. Wenn, dann From's Revenge, Alter. Was der? Ja, guck mich noch an. Er spielt einen Schalldämpfer auf die Runde, okay. Er ist ein Boss. Dafür hat er wahrscheinlich die Superfaudi mit dabei. 100 pro. Ich find's ja krass, also wir haben jetzt einen, der streamt und zwei, die aufnehmen, oder wie? Bei uns neul. Ah, na, ohne, der aufnimmt. Ich kann nicht aufnehmen, aber... Aber ich nehm' auch. Achso. Hä? Ich bin ein Bastard. Wollt ihr eigentlich jedes Mal da sterben? Nö. Wieso, ich leb' doch noch. Er hat mich doch gerettet. Ja. Ne? Ich brauch' halt einfach nur Leute, die was können, also du kannst nicht mitreden. Aber warum wurde er so spät gespottet? Hat mich aber auch gefragt. Also... Warum er nicht gestorben ist, ist mir ein richtiges Rätsel. Äh. Nicht die Tür, du Simi. Hier drüben. Hier war mal ne Tür. Ach. Nein, als ob er hinter mir war. What the fuck? Die Ela war, äh... Die Ela? Äh... Die war oben. Äh... Die Claimor muss andersrum. Na, weil ich die Stairs einfach oben haben möchte. Und aggressiv. Ela war auf den Stairs. Oh Gott. Ich hab' gar nicht tot. Ich hab' auch noch 7 HP, das heißt, ich geh' gleich drauf. Boah, ich hab' auch noch 20 HP, weil du mich gebraucht hast. Und ich wurde enttaggt. Ah, scheiße. Wo? Ach, schon wieder... Äh, der ist bei mir. Scheiße. Ah, das haben wir auch. Warte mal, ich guck mal mit der Drohne. Du kannst ja mal dann... Könntest du aufmachen, wenn du wolltest. Ich find' die Cam hier noch nicht. Josef, du hast die Drohne? Boah, fuck. Da ist noch mal einer dahinten. In der Versammlungshalle. Das ist die Ender. Das war jetzt ein bisschen kacke. Da hinter dem Filz sitzt der Fall einer. Ich hab' halt nur 7 HP. Flisch Rainbow. Äh, TTT und Garrys Mod haben wir auch. Das könnten wir eigentlich auch mal aufnehmen. Also das Potenzial zum Aufnehmen ist da. Potenzial, ja. Ja. Das... Na, Durchführung Harbards. Okay. Okay. Ja, da ist wahrscheinlich beim Diffuser. In der Halle. Können wir genug Leute zusammenkriegen? Er braucht den Diffuser leider gleich. Da ist die Velcro in den Raum. Oh, fuck. Was machst du denn da? Sie retten gehen, oder? Ja, wieso? Du hast doch nicht genug Zeit gehabt. Wo ist denn die? Ach, da ist sie. Ich hab' die gar nicht gesehen mit diesem olden Wackel vor mir. Ja. Ich weiß, wer mitspielen kann, Philipp. Warst du damals dabei mit der Boochin? Oder warstest du, Josef? Ich glaub' ich. Wir haben nur... Nur mal zusammengespielt zu viert, glaub' ich. Und Emily dazu. Aber der, ähm... Hier, Philipp, der... Die Zitrone mit Schreibfehler hat mich eh gefragt. Ja, ja. Die Emily hat auch gesagt, dass... Dass sie sich freut, dass du gesagt hast, dass man das auch öfter spielen könnte. Ja. Warte. Ja, weil mir fällt da ein, äh... Mein Klassenkameradin die Boochin, der hab' ich das Spiel angekauft. Ich mein, sie hat das System noch nicht ganz verstanden, dass es mir als Innocent nicht einfach random verschießen sollt. Aber ich glaub' das kann's ja nicht richtig werden. Ja. Kann man doch dran arbeiten, das ist ausbaufähig. Ist definitiv ausbaufähig. Vor allem ihr Aim, also du kannst... 5.000 Mal um sie umlaufen und sie werd' dich nicht verschießen. Das kenn' ich aber irgendwoher. Ich wurde das letzte Mal gefragt, warum ich bei Rainbow so'n scheiß Aim-up, aber die Leute trotzdem mit der Desert Eagle in... im... äh... in TTT weghaule, wie sonst was. Ja, weil du 24, 20 Jahre lang CSGO gespielt hast. 25 Jahre lang, Alter. Länger, Alter. Ich bin erst 19, aber das ist auch okay. Oha. Ja, und vor allen Dingen, äh... hab' ich ja auch vorher noch Counter-Strike 4s gespielt. Darum kommt einmal Ruhe rein. In den Big Tower. Ja, ja, Big Tower ist... Holy shit, Alter. Wollte nur sagen, dass sie drin ist jetzt. Ey, Alter, warum? Öffne mit Zock, Kim. Mach das nochmal, du kriegst Ärger. Hahahaha. Hahahaha. Habe man fein kann... Für die Klicks. Für die Klicks echost du deine Teammates, was stimmt nicht mit dir? Wie billig verkostest du dich denn? Also, Bruno, für 1 Euro, gib ihm Josef einen Headshot. Hahahaha. Ne, komm. Prostitution in der zweiten Generation. Hahahaha. Also, wir machen gerne Do-Man-Challenges. Also, wenn du Vorschläge für uns hast... Ey, Moment mal. Aus. Lul, wie ich den Kill gekriegt hab. Okay, und für... Wissen, du Süßer, ey. Gib mir Drogen. Für 5 Euro spielen wir eine Runde nur kriechend. What? Oh, yeah. Das kannst du vergessen. Hey, wieso? Haben wir das schonmal gemacht, oder warst du da gar nicht dabei? Ne. Also, Only Pistol und Recruit und sowas, gar kein Problem. Ach stimmt, das hab ich mit Julia und Thrawn gemacht, ne? Thrawn? Was? Du warst doch dabei, als wir nur gekochen haben, oder? Amaro ist dead. Und da ist noch jemand. Hilfe! Äh, Space Taxi, bei dir kommt glaub ich auch jemand. Okay. Oh, links von mir. Arf. Ist schon durch, äh, in dem kleinen Raum. Welchen kleinen Raum denn? Geht nach hinten, äh, Nomad. Fuck! Oh, Claymo. Lol, da ist nur jemand. Big Cow ist nur jemand. Heißt? Ne. Bombs. Eine hab ich noch. Soll ich warten, bis du gedaunt bist? Ne, jetzt gib mir die Spritze. Gib sie mir. Wie viel Leben hast du noch? 15, gib mir. Dann kann ich doch einen Hit geben und dann rüberweife ich dich. Dann kriegst du mehr Leben. Gib mir doch bitte einfach die Spritze. Arschloch. Ne, hast jetzt mehr Leben. Kriegst du 70. Ja, ist okay. Kann ich mehr Leben. Ich finde das übrigens aus der, aus der Zwischenzeit Dings raus. Wo, wo, wo ist der letzte? Ah, Big Tower unten irgendwo. Ist mittlerweile nach unten kommt. Ne, kommt wieder. Big Tower. Ey, das ist mein Job. Ach, ich hab das MG-Do-A-Video. Das war ein angenehmes Leben. Ah, Bruno hat geschrieben. Äh, sorry Leute, hab leider kein Geld. XD. Aber einfach auf das billige, äh, ich meine chillige Zocken. Einfach immer bei den Gegner bedanken. Mit Namen dessen. Wenn ihr sterbt. Also jedes Mal, wenn wir sterben, müssen wir jetzt schreiben. Danke. Oh nein. Nein, nein. Wir dürfen nicht fluchen. Sondern wenn wir den Drang haben zu fluchen, müssen wir irgendwas sagen. So, danke, danke, aller Liebste. Adam. Danke, dass du das machst. Du bist der allerbeste. Das können wir auch tun. Holy shit, nee, alter. Danke. Vergiss es mal, der Kreativbuchen ist angesagt. Von wegen, ich wollt grad sagen, alter, da lass ich mir lieber neue Beleidigungen einfallen. Treff keine Drohnen. Alter, die getreff ich nix. Wollt grad sagen, meine Beleidigungen sind doch generell künstlerisch. Gib's auf. Bist du einfach zu schlecht. Ja, in dem Fall ist vorbei, alter. Ey, komm, ich platziere noch die Meister-Camp. Oh man. Lauf, 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 lauf. Hast du grad meine Cam gegrillt? Ja. Sag, wie brauchst du die Lappen, alter? Ja, ich bin in den Lappen, ich weiß. Ein Waschlochen. Scheißanfänger. Ja, die Waschlappen jetzt geregelt, alter. Ja, okay, Bruno. Ich werd das einfach so machen, wenn die anderen nicht mitmachen werden. Ich fluch jetzt nimmer, sondern... Ich find's ja geil. Ich find das so geil. Josef Stream sagt kein Wort. Und Philipp und Junior. Ja. Das ist aber immer so. Deswegen sind wir ja die Moderatorin. Selbst wenn nur ein Einziger da ist. Ja, man muss die Ramm seine einzelnen Leute kümmern. Wartung, Hedges so aufpassen. Die sind nicht wie ein Forst. Ja, ich hab ne Drohne gehasert. Bist du nur, die trifft nix. Mein Aim ist so scheiße. Aua. Alter, Julia. Du, du. Hä? Von wo hat der mich denn angeschossen? Von oben. Die Hedges offen. Ach, ich bin so lost. Warum sagt mir keiner, dass die Hedges offen ist? Pass auf, links von mir unten. Ach, Mann. Leute. Hilfe, sie... Du solltest nicht schreiben, sondern reden. Ich hab kein Arschgesicht, Alter. Die hören dich ja nicht, wenn du redest im Game. Ja, na, du solltest so sagen, du sagst, dass du sehr beleidigt... Ich hab' keine Ahnung, ob sie gucken oder was. Huren so süßer hast du. Vielleicht zufällig ein bisschen Drogen für mich? Oh, ja. Die haben meine Drohne... Nein, als ob er jetzt rumkam. Das ist so lächerlich. Amaro ist unten in der Bombe. Holy shit, Julia, Alter. Blimps. Wo ist er denn? Hinter dir. Der ist schon durchgerannt. Oder? Wart auf mich, er hat mich auf jeden Fall gleich. Jetzt sind sie auf jeden Fall gedroppt. Ja, wo soll ich jetzt hingucken? Rechts, links, oben, unten. Der flachst dich. Ja, von beiden Seiten, Alter. Ich bin alleine auf dem Objective. Wo seid ihr alle? Tod. Alles tot. Hier stauben, weil ich dich heilen musste. Also, unter gewissen Bedingungen. Weil sie wahrscheinlich trotzdem aufmachen. Weil in der Khajiit noch eine ballert, dann... Ich wollt grad sagen, wir haben noch einen Khajiit. Wofür haben wir den? Extra deswegen. Ja, extra, damit du dann die Wände damit dicht machst. Ja. Scheiß auf die Headshires, wo sie uns grad weg... Was für Wände in der Decke vorne? In welcher Welt lebst du? In seiner Superprinzessinnenwelt. Oh shit, Alter. Ich seh's grad Kopfhabe. Boah, ich hab den so gehasst. Ja, Josef hat jetzt mittlerweile einen neuen PC und äh, verbesserte Einstellungen. Oho, er schwitzt jetzt richtig rein. Jetzt hat er sich noch so'n, so'n großen Embran-Mikrofon gekauft und vier Bildhörer und jetzt eskaliert. Bring ihn nicht noch auf dumme Gedanken. Ich hab zwei ein Bildschirm. Ich hätt gern einen zweiten, kannst du mir einen leihen? Ich hab beide von meinem Vater geschnurrt. Ja, ich hätt gern noch einen zweiten. Ich hatte früher einen, aber das war's noch Fernsehen. Ist hier noch irgendwo eine Hedge, die ich äh, Dings... Ach ja, da. Ja, den ja. Da kann ich sogar die Wand entmachen. Warte, warte, warte. Nein, ich komm dann nicht mehr ran, dann hätt' ich... Abka, du bist irgendwie extrem spät dran, ne? Also vorn was da los. Der bewegt deinen fetten Schwabbelarsch jetzt da weg. Warte, 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 warte. Dann kiss dich. Hab ich getan. Jetzt meinte ich nicht mehr dich. Irgendwer tut da oben rum. Ach so, das ist einer von euch. Eine Zugangssperre wurde ausgelöst. Geil. Guck mal. Die hier unten... Die hier unten... Die hier unten... Die hier unten leben noch. Die hier unten mehr vorbei ist. Die mann auf, die mann auf, die mann auf. Die mann auf. Die mann auf. Ey, Josef. Wie viel Erschneid kommt? Josef wartet fünf Minuten, bis er da wegguckt. Also Werbung ist aktuell immer gut, aber wenn du sagst, das ist richtig untermenschungsseins, dann glaube ich ist es nicht nötig. Ich bin hinter mir. Du bist hinter dir. Hinter mir. Ja. Du bist hinter dir. Der Satz war echt grandios. Ich bin hinter mir. Oha, Philipp. Ja, ich hab's gesehen. Geil. Ja, du? Ja, du? Ja, du liege ich in der Leiche vorm Kaid und warte. Guter Mann. Komm knuddeln. Jetzt kommt die Drohne. Ja. Ja. Hat ich gesehen. Stillhalten, Kinder. Eingefallen ist er trotzdem. Wie der erste Idiot. Holy shit, Alter. Das war das Hammer. Lol. Maybe war das dezent toxisch, aber nur maybe. Fürs vielleicht hat's nicht mehr gereicht, sagst du? Ja. Kommt er jetzt lang? Jetzt könnte man den Eindruck gewonnen haben, ne? Dass die Amaro da jetzt sitzt. Nein, wie kommst du da rauf? Oh, ich kann sein Stand, Alter. Die läuft durch die Skuransperre. Jetzt komm. Setz dich einfach da oben weg. Nein, die ist schon rechts drin, oder? Die ist schon rechts drin, ja. Wahre. Hab ich keine weiteren Trats mehr. Boah, wird das mal Modes bingen? Jaja, aber der Diffuser liegt ja auf deiner Seite, oder? Stimmt. Bro, setz dich auf den Diffuser. Wo ist der denn? Rechts, 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 rechts. Du bist an einem Loch vorbei, du Idiot. Und wieder zurück. Jetzt links, links, nein. Stopp, Braun, links. Läuf. Bist du ein Anfänger, da war ein riesen Loch in der Wand. Wem hast du zugeguckt, Braun? Nee, nee, tatsächlich hab ich... Bist du gestorben, bist dir zugeguckt und danach Julia. Ja, bei mir war auch... Also die wichtigsten Szenen war drin. Ja. Aber ich war in Andrus-Drein-Loch-Kolter, bist du noch drin, oder? Ja, ja. Ja, ist ja nett. Perfekt. Ich find's natürlich auch gut, dass... Philipp aufnimmt und ganze zwei Kills hat. Woo! Deswegen sag ich ja, Julia's Sicht wäre diesmal ein bisschen... ...besser gewesen. Philipp ist dabei, um einfach durchzuzappen. ...Doc, Echo, Keller... Pinken sie doch alle mal. Ah, das geht nicht. So nicht. Für den alter-schwachen Baums... Ja, siehst du aus natürlich, wie die alle werken können. Noch mal ne gute Aufnahme, bitte. Es tut mir leid, Demenz-Patienten. So, jetzt wissen wir's so. Okay, ein paar hab ich schon mal. Jetzt kommt gleich die nächste Schlagzeile von der BILD. Oh, nö. Gaming macht blind. Teil 1, der 15-Jähriger braucht Brille. Als nächstes kommt dann, Gaming macht dement, nicht blind. Demand auf jeden Fall. Wird unterschrieben. Vergesslichkeit durch Gaming. Die BILD präsentiert. Eine neue Studie. Durchgeführt von einem 15-Jährigen und einem Rainbow Clan. Hat ganze 2 Euro gekostet. Für'n Eis. Aus der Tankstelle. Der Tankstelle ist nicht voll teuer. Ja, aber widerlich. Und nichts wert. Da hockt irgendwer. Die unverstärkte Wand macht mir irgendwie ein bisschen... X-Mult gestorben. Du hast kein Problem. Hier, komm mal. Gleich ist ein Loch, da macht's dir keine Sorgen mehr. Loch ist drin. Hat irgendwer Granaten? Josef, Granaten? Ja. Ja. Blenden Granaten. Warte mal. Die kommt da ja gar nicht rum, ne? Ja, stimmt. Ah, fuck, hab ich vergessen. Oh, ich bin los. Dankeschön. Aller, allerliebste, was prima du bist. Es ist, äh... Dennis Wolf. Ja, es war der Kapkran. Ja, der Kapkranke ist schon getötet. Ach, ich bin so los. T4? Das packe ich 1-1 Slowmotion, wie man sieht. Okay. Oh, ich würde da längst um 6 Uhr. Nicht so nahm nach links, Josef. Ja. Wo ist die Drohne? In der Kamera besser gesagt. Die Echo Drohne. Rückgespottet, fuck. Doch, Josef, nach oben, nach oben. Elektronik ist aktiviert. Wenn er eine Materie hat, dann finde ich ihn. Wenn Tony Scheiss käme hier. Echo ist weg. Ich habe eine Bombe entdeckt. Und go. Entschärfer ist aktiviert. Beschütze. Noch ein Gegner durch. Ich werde halt jetzt die ganze Zeit gespottet. Deck mich mal kurz. Nicht gegen den Feld. Warum stehst du auf? Das hat nicht gut funktioniert, Alter. Ich wollte mir noch kurz ne Platte nehmen. Ja, es war Absicht. Ich wollte mir doch noch kurz ne Platte vom... Er steht plötzlich auf. Ich bin durch die Ballen auf. Na, genau. Ich schlüfte den nicht. Es klappt so was, Selven. Dankeschön! Spiel auf Teil. Woa! Loil! Ja, genau. Oh nein, sag nicht, dass er es schafft. Doch. Er hat doch die Claymore gekriegt, Alter. Oh, Loll. Ja! Ganz knapp, Alter. Voll reich. Gut, wir sind jetzt schon bei 31 Minuten Aufnahme. Oh, warte mal. Echt? Fremdschämen leicht gemacht. Mal gucken, wie viel bin ich? Ähm, 28 Minuten. Ne, ich hab nen Moment eher gestartet. Ich hab gehört, wir schneiden gar nicht erst. Wir laden das einfach roh hoch. Live wird er umgekürzt, ja? Ja. Wie die Hobbits hier gut. Wer macht denn mir zu? Außer den Momenten mit der Cup-Card-Trap. Ich als IQ, wie ich rein renne. Das muss ich in Slow-Bow machen. Und nochmal schnell mit so nem roten Kreis Cup-Card zu machen. Ich cutte einfach mal den Team-Kill raus. Der bleibt drin, Alter. Den vergesst man immer ganz schnell, ja? Plötzlich bin ich einfach baumstot. Ich cutte das Ding auf eine Stunde und die letzte halbe Stunde ist halt einfach nur, wie du mich teamkillst. Es gibt einen richtig guten in der Headshop-Compliation drin. Da bin ich rausgetappt, weil ich gerade schneide neben dem Rainbow-Spiel. Ich tapp rein. Mein Charakter macht ne 180 Grad-Drehung. Ich hatte ne Shotgun und hau Julia weg. Geil. Leute, ganz kurz. Ja. Bruno hat uns einen Witz geteilt. Wenn der jetzt schlecht ist, Bannmann weg. Okay, los geht's. Da hat die Polizei ein Auto mit vier Priestern an, die die Fenster-Scherwe runterlassen. Da sagt die Polizei, wir suchen Schwerverbrecher, die Kinder misshandeln. Da geht das Fenster hoch und nach oben los geht wieder runter. Da sagt der Priester, okay, wir machen es. Da ist ne Avaru drin. Das war so predictable. Das war so predictable. What? Ich hab... Hä? Als sie verletzt war, hab ich auf sie geschossen. Wo ist denn links von ihr? Und du hast den Kriegekrieg? Ja, Alter. Da ist ein Flickrissen des Todes. Die Nöchli ist übrigens auch schon weg. Ja, ich weiß. Ich dachte, du bist mit mir gierig. Du führst dich da ans Boot. Scheiße. Hinter mich auch Anna. Dort. Ja komm, jetzt flackst du endlich weg, ey. Wenn du's verkackst, bist du scheiße. Oh, Alter. Ich bin richtig blind. Ey, wenn du verkackst, bist du schlecht. Du musst den Kill selber machen. Nicht Philipp, Alter. Ich führst dich da. Ich leide nach. Feuerschutz! Warum bin ich nicht Platz 1? Wir dürfen das nicht gewinnen. Ich muss Platz 1 sein. Auch mal. Ausnahmsweise. Kannst nicht immer schwitzen, Julia. Gute Nacht. Wohn- und Schlafgurt. Bis zum nächsten Mal. Der kleine Bubi ist weg. Wo die Städteger? Wir pinten um 2.1. Ich hoffe. Ein 14-Jähriger. Ein 12-Jähriger. Ein 10-Jähriger. Ein 14-Jähriger. Ein 14-Jähriger pinnt. Nicht während Corona um 22.15 Uhr. Soviel kann ich dir verraten. Also, ich muss heute noch mindestens bis 3.00 Uhr aufbleiben. Weil ich morgens gedäncht hab. Und so wie mich hin, hab ich beim Nachtdänchen wieder völlig ausgeladen getrunken. Also, spielst du noch bis 3 Uhr durch, sagst du? Sophia hat 5 HP. Das war jetzt so. Ich hab immerhin bin ich zweiter nach dem obersten Schwitzer. Ja, ja. Oberste Schwitzer ist wieder am Start. Alter, was ist das ein Stich? Messer in die Kopfhöhle. Harte Kämpfter Sink. Okay, jetzt suche ich mir kurz ein Bild, wo man den Meister auf Platz 1 zieht. Also ich weiß nicht, so viel besser als die Sonderreaktions-Skin ist das jetzt nicht. möchte jemand abmachen ja wieder mal vom absoluten plan wenn euch das video gefallen hat dann keine abgeschlossen ich würde sagen wenn ihr es euch gefallen lassen aber wenn es euch nicht gefallen abonnieren ist auch erlaubt aktiviert die glocke damit nein das ist